Ja, hallo. In diesem Video wollen wir die Laplace-Transformation der Potenzfunktion herleiten. Das heißt, die Transformation von t hoch n, wobei der Exponent n eine natürliche Zahl sein soll. Ich beginne so wie üblich. Das heißt, ich wende zunächst einmal die Definition der Laplace-Transformation an. Und der erste Schritt der Definition sagt, ich schreibe die Funktion, die ich transformieren möchte, hier nochmal hin. Also schreibe ich hier hin t hoch n. So, der zweite Schritt sagt, ich multipliziere diese Funktion mit e hoch minus s mal t. Und der dritte Schritt der Definition der Laplace-Transformation sagt, ich integriere das Ganze über t und zwar von 0 bis unendlich. Ja, also Schritt 1, die Funktion nochmal hinschreiben, Schritt Nummer 2 mit e hoch minus s mal t multiplizieren und Schritt Nummer 3 über t integrieren von 0 bis unendlich. Ja, jetzt müssen wir nur noch dieses Integral lösen. Dann haben wir die Lösung. Allerdings ist das etwas schwierig, dieses Integral zu lösen. Zunächst einmal, welches Integrationsverfahren benutzen wir? Da benutzen wir die partielle Integration, denn im Kurs Partielle Integration habe ich euch ja verschiedene Regeln genannt. Und eine Regel lautet, wenn ich einen Faktor habe, der leicht zu integrieren ist, das ist ja bei der e-Funktion der Fall, und einen Faktor, der beim Ableiten irgendwann verschwindet, wenn ich t hoch n, zum Beispiel t hoch 3, dreimal ableite, dann habe ich t hoch 0 und das ist 1. Dann ist der Faktor weg. Ja, also wenn ich hier einen Faktor habe, der leicht zu integrieren ist und einen Faktor, der irgendwann verschwindet, dann ist das Verfahren partielle Integration anwendbar. Und das scheint ja hier der Fall zu sein. T hoch n wird nach n mal differenzieren verschwinden und die e-Funktion ist leicht zu integrieren. Gut, dann schreibe ich nochmal die Formel für die partielle Integration hier hin, falls ihr die vergessen habt. Die lautet Integral von u mal v ist gleich u mal v minus den Integral von u mal v. Gut, da fehlt jetzt noch einiges. Zum einen mal die Grenze fehlt. Hier auch. Und hier nicht vergessen, also an drei Stellen muss ich die Grenzen eintragen. So, und jetzt fehlt aber noch das Wichtigste, dieses Ableitungszeichen. Das kann ich ja einmal bei u und bei v machen, aber ich kann das auch machen bei v und u. Je nachdem, wie ich es gerade brauche, beide Formeln sind richtig. Und wir überlegen uns jetzt, wo muss das Ableitungszeichen hin? Ja, ich mache es nochmal weg. Ja, da habe ich euch ja gerade schon etwas zu erklärt. Wir haben gesagt, dieses t hoch n fällt beim n maligen Ableiten weg. Also muss dieser Faktor hier abgeleitet werden. Ja, im Ergebnisintegral, also nicht hier in dem gegebenen Integral, sondern im Ergebnisintegral muss das abgeleitet werden. Das heißt, ich muss das Ableitungszeichen hier hin machen. Ja, nicht bei v. Und wenn es hier bei u steht, muss es hier bei v stehen. Ja, alles andere würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich das Ableitungszeichen beide Male zum Beispiel beim u hätte. Ja, dann hätte ich ja hier und hier das gleiche Integral zu lösen. Dann wäre die Formel ja keine Hilfe. Ja, also wir haben rausgefunden, diese Formel müssen wir benutzen. Gut, ich mache auch nochmal Striche hier dran, damit ihr wisst, was was ist. Also dieses t hoch n ist das u und die Funktion e hoch minus s mal t. Das ist hier mein v-Strich. Gut, bevor man mit der partiellen Integration beginnt, macht man im Allgemeinen zwei Nebenrechnungen. Zum einen braucht man ja u-Strich, also die Ableitung von u. Das heißt, die Ableitung von t hoch n. Ja, aber die Ableitung von t hoch n, die können wir im Kopf machen mit der Potenzregel der Differenzialrechnung. Da sparen wir uns mal die Nebenrechnung. Aber hier, da können wir uns die Nebenrechnung nicht sparen. Wir brauchen ja an zwei Stellen in der Lösungsformel hier v. Und v ist die Stammfunktion von v-Strich, also die Stammfunktion von e hoch minus s mal t. Ja, und die kann man nicht so einfach im Kopf berechnen. Kann man zwar auch, aber ich schreibe es mal auf. Wir suchen die Stammfunktion von e hoch minus s mal t dt in einer Nebenrechnung. Ja, damit wir es gleich bei der partiellen Integration einfacher haben. Ja, da benutzen wir das Verfahren Substitution, denn das ist ja hier eine verkettete Funktion. Und da gibt es eine Regel, und die sagt, wenn ich eine verkettete Funktion habe, muss ich die innere Funktion substituieren. Ja, also minus s mal t wird substituiert. Und als Substitutionsvariable wähle ich mal z. Gut, jetzt wollen wir ja nicht nur hier oben substituieren, sondern auch noch dieses t hier. Und deshalb muss ich die Substitutionsgleichung ableiten nach t. Und wenn ich diese Gleichung nach t ableite, dann erhalte ich d z nach dt. Das ist z abgeleitet nach t. Wenn ich diesen Term hier nach t ableite, dann erhalte ich minus s. Das kennt ihr aus der Schule. So, jetzt suche ich ja dt. Und deshalb muss ich diese Gleichung nach dt umstellen. Das heißt, dt kommt auf die andere Seite. Und dafür geht minus s in den Nenner. Und das ist dann hier mein Ergebnis. So, jetzt kann ich die Substitution durchführen. Also wie gesagt, minus s mal t substituiere ich durch z. Und dt substituiere ich durch dz durch minus s. So, und minus s ist eine Konstante, denn ich integriere ja nach z. Dann ist s eine Konstante. Und Konstanten können vor das Integral. Also habe ich hier 1 durch minus s mal Integral von e hoch z dz. Und die Stabfunktion der e-Funktion ist wieder die e-Funktion. Also erhalte ich 1 durch minus s mal e hoch z als Lösung. Ja, wobei das ist noch nicht ganz die Lösung. Ich muss ja noch die Rücksubstitution durchführen. Z wieder durch minus s mal t ersetze. Und dann erhalte ich 1 durch minus s mal e hoch minus s mal t. Wenn ich dieses z hier wieder durch minus s mal t ersetze. Gut, dann haben wir die Vorarbeiten erledigt. Und jetzt können wir die partielle Integration mit diesem Integral hier durchführen. Dann erhalte ich also, ich habe hier ein u und u war der erste Faktor. Und der erste Faktor heißt hier t hoch n. Und dann habe ich ein v. v ist die Stammfunktion von v' also die Stammfunktion von e hoch minus s mal t. Und die Stammfunktion von e hoch minus s mal t hatten wir in einer Nebenrechnung berechnet. Das ist dieser Ausdruck hier. Wobei ich das aus Platzgründen anders schreibe. Das minus s schreibe ich in den Nennerreihen hier oben. Ja, also das kann man ja auch folgendermaßen schreiben. Das mache ich also nur aus Platzgründen. e hoch minus s mal t. Und dieses minus s kommt jetzt hier in den Nenner. weil sonst reicht die Tafel nicht. Gut, dann habe ich hier diese eckige Klammer fertig. Da muss ich jetzt nur noch die Integrationsgrenzen a und b hinschreiben. Und a und b, das ist bei uns 0 und unendlich. Also t gleich 0 und t gleich unendlich. So, jetzt kommt hier ein Minuszeichen und dann kommt ein Integral wieder von 0 bis unendlich. Dann habe ich hier ein u-Strich. u-Strich ist die Ableitung von u, also die Ableitung von t hoch n. Und da hatten wir gesagt, das machen wir im Kopf. Die Ableitung von t hoch n ist n mal t hoch n-1. Einfach die Potenzregel der Differentialrechnung anwenden. So, und dann haben wir da noch ein v stehen. v ist die Stammfunktion von v-Strich, also die Stammfunktion von e hoch minus s mal t. Und die hatten wir in der Nebenrechnung berechnet. Das war das hier. Also e hoch minus s mal t. E hoch minus s mal t. Und da hatten wir gesagt, diesen Faktor 1 durch minus s schreiben wir in den Nenner aus Platzgründen. So, und jetzt fehlt nur noch ein dt dahinter. Und dann sind wir fertig. Wir haben also die partielle Integration durchgeführt. Also wir sind noch nicht fertig mit der Aufgabe, aber die partielle Integration haben wir durchgeführt. So, jetzt mache ich allerdings noch eine kleine Vereinfachung. Also zunächst einmal haben wir hier ein Minus und das Minus kann man vor das Integral ziehen. Konstanten dürfen ja vor das Integral gezogen werden. Dann habe ich hier zwei Minus und zwei Minus ergeben plus. Gut, also mache ich das Minus weg. Und jetzt kann ich auch noch das s vor das Integral ziehen. Dann habe ich hier eins durch s und das s mache ich hier weg. Ja, jetzt muss ich das hier ein bisschen tiefer schreiben. E hoch minus s mal t schreibe ich nochmal hier schön hin. E hoch minus s mal t. Okay. So, und jetzt habe ich hier noch das n. Das kann ich auch vor das Integral ziehen. Konstanten kann man vor das Integral ziehen. Und alles, was hier kein t ist, ist ja eine Konstante. Wenn ich nach t integriere, sind alle anderen Buchstaben Konstanten. Gut, also das haben wir nochmal vereinfacht. Ich schreibe das Integralzeichen mal ein bisschen näher da dran. Das ist jetzt nur Kosmetik, damit wir gleich den Überblick nicht verlieren. Okay. So, jetzt ist aber die partielle Integration wirklich am Ende. Und jetzt kann ich auch mal eben die Tafel putzen. Also hier die Nebenrechnung brauchen wir auf keinen Fall mehr. Und dann haben wir gesagt, die partielle Integration hier, die war auch erledigt. Da brauchen wir die Formel auch nicht mehr. Okay. Ja, wie ihr seht, ist das Ergebnis eine Summe. Das ist hier der erste Summand des Ergebnisses und das ist der zweite Summand. Und diesen ersten Summand, den nehmen wir uns jetzt mal vor. Was diese Klammer bedeutet, das wisst ihr, das kennt ihr aus der Schule. Da muss ich also rechnen, Stammfunktionen an der oberen Grenze minus Stammfunktionen an der unteren Grenze. Ja, setzen wir zunächst einmal die obere Grenze ein. Also ich schreibe es mal hier hin. Wir setzen ein, t gleich unendlich. Ja, ich schreibe es nochmal ausführlich. Also ich habe hier t hoch n mal e hoch minus s mal t durch minus s. Und das Ganze wollen wir jetzt ausrechnen. Zunächst einmal für unendlich, was das ergibt. Gut, also wenn wir hier unendlich in den ersten Faktor einsetzen. Ich schreibe mal besser t gleich unendlich, nicht nur unendlich. Ja, also t ist die Variable, die ersetzt werden muss. Wenn ich für t unendlich einsetze, dann habe ich unendlich hoch n. Ja, und das ist auf jeden Fall unendlich. Gut, der zweite Faktor, da müssen wir jetzt für t auch noch unendlich einsetzen. Das ist etwas schwieriger. Ja, da mache ich jetzt mal hier so eine kleine Nebenüberlegung. Also ich habe hier zunächst einmal eine konstante s. Ja, und Konstanten spielen für die Konvergenz keine Rolle. Im Prinzip habe ich also nur eine e-Funktion. Also schreibe ich mal hin. Ich habe hier eine e-Funktion e hoch minus s mal t. So, und s ist ja eine komplexe Zahl und die nenne ich jetzt mal, ich schreibe es mal hier drunter, dieses s nenne ich jetzt mal x plus y. Ja, das ist der Realteil und das ist der Imaginärteil. Gut, dann habe ich hier also e hoch minus x plus y y mal t. Gut, das Ganze multipliziere ich jetzt hier aus. Dann habe ich hier e hoch minus x mal t plus minus i mal y mal t. I mal y mal t. Okay, so und jetzt wende ich eine Regel aus der Potenzrechnung an. Wenn ich eine Prozent habe und im Exponenten steht eine Summe, dann kann ich das auch so schreiben. e hoch minus x mal t mal e hoch minus y t minus y t. Okay. Ja, und wenn ihr im Kurs komplexe Zahlen gut aufgepasst habt, dann wisst ihr auch, was hier steht. Das ist die Exponentialform einer komplexen Zahl. Zwar in ungewohnter Schreibweise. Ja, aber das hier ist der Betrag. Das ist der Betrag. Und minus y mal t ist der Winkel Phi. Ja, also das ist wirklich der Betrag, denn hier kommt ja kein i drin vor. Wenn man das ausrechnet, erhält man eine Zahl. Ja, das sieht bloß ungewohnt aus, weil normalerweise steht hier eine Zahl, wie zum Beispiel der Betrag ist 42 oder so. Ja, aber ich kann eine Zahl ja auch in Form einer e-Funktion schreiben. Das ist also wirklich der Betrag. Und das hier oben ist, weil hier das i steht, das ist wirklich der Winkel. So, jetzt überlege ich mir mal, was ich da habe. Also dieser zweite Teil, wenn ich mir das mal wegdenke, ja, und wenn ich jetzt folgendes mache, für t unendlich einsetze, dann habe ich hier einen Winkel Phi, der ist unendlich groß. Ja, also dieser zweite Teil ist eine komplexe Zahl, die auf dem Einheitskreis liegt, aber deren Winkel ich nicht kenne, weil der Winkel ist, wie gesagt, unendlich groß. Ja, aber auf jeden Fall weiß ich, das ist jetzt ganz wichtig, der Betrag ist hier 1. So, und jetzt wird ja noch mit diesem Betrag hier von dieser gesamten komplexen Zahl multipliziert. Also wenn ich sage, der Betrag hier ist 1, dann liegt das daran, wenn ich hier den Betrag weg mache, habe ich immer den Betrag 1. Das ist dann eine komplexe Zahl mit Betrag 1. Ja, und wenn ich das jetzt noch mit einem Betrag multipliziere, was erhalte ich dann? Ja, da muss ich erst mal gucken, wie groß ist dieser Betrag. Und wenn ich für t unendlich einsetze, also hier oben, ja, dann habe ich hier minus unendlich, x mal t ergibt dann unendlich. Also habe ich hier minus unendlich und eine Exponentialfunktion mit negativen Exponenten. Die sieht so aus, ja, und für minus, äh, für unendlich hat die den Wert 0. Das heißt, mein Betrag geht gegen 0. Also dieser Term, der hat den Wert 1 und der geht gegen 0 und 0 mal 1 ist 0. Also erhalte ich hier für den zweiten Faktor den Wert 0. So, bevor wir hier weiterrechnen, eine kleine Anmerkung. Die ganze Ausführung stimmt natürlich nur hier, wenn x positiv ist. Ja, denn stellt euch mal vor, x wäre negativ, dann hätte ich hier minus minus und minus minus ergibt plus, dann hätte ich eine steigende E-Funktion. Ja, und dann würde ich hier unendlich erhalten, wenn ich für t unendlich einsetze, ja, weil die beiden minus sich aufheben. Ich hätte eine steigende E-Funktion und unendlich mal 1 ergibt unendlich. Das heißt, ich müsste hier unendlich hinschreiben. Das heißt, diese 0 hier erhalte ich nur, wenn x positiv ist. Und da dieses x hier dieses x ist und das war der Realteil von S muss ich mir aufschreiben. Die ganze Rechnung stimmt nur, wenn der Realteil von S größer 0 ist. Gut, soweit als Anmerkung und jetzt können wir also hier weiterrechnen. Also hier hätten wir jetzt normalerweise ein Problem. Also die Potenzfunktion geht gegen unendlich, diese E-Funktion geht gegen 0 und das hier ist ein unbestimmter Ausdruck. Das kennt ihr aus dem Kapitel Le Hôpital, Regel von Le Hôpital. Da hat man es mit solchen unbestimmten Ausdrücken zu tun und da würden wir jetzt gar nicht weiterkommen. Ja, aber glücklicherweise habe ich ja ein Video gemacht und da habe ich bewiesen, dass die E-Funktion, oder hier habe ich es ja auch nochmal aufgeschrieben, die E-Funktion schneller steigt als die Potenzfunktion. Ja, das habe ich da bewiesen. Für große T steigt die, für große Exponenten steigt die E-Funktion schneller als jede beliebige Potenzfunktion, auch wenn die, wenn der Exponent hier eine Million ist. So und jetzt mache ich Folgendes. Ich schreibe hier, hier habe ich ja ein Minus, ich schreibe die E-Funktion in den Nenner. Ja, also dann habe ich so was wie T hoch N durch E hoch S mal T. So und jetzt weiß ich ja, die hier, die E-Funktion, die wird schneller steigen als die Potenzfunktion und deshalb wird das Ganze für große T, T gegen unendlich, gegen Null konvergieren. Ja, also nochmal, normalerweise wüsste ich nicht, was da rauskommt, da kann alles mögliche rauskommen, aber weil hier die Potenzfunktion kleiner, weniger ansteigt, als die E-Funktion sinkt. Also die E-Funktion hier, die sinkt schneller als die Potenzfunktion ansteigen kann. Deshalb habe ich also da, so wie ich hier gezeigt habe, eine Null. So, ich kann also hier hinschreiben, wenn ich T gleich unendlich einsetze, also wenn ich T gleich unendlich hier einsetze, dann erhalte ich eine Null. Ja, das tue ich mal wegmachen. So, ich schreibe mal hier drunter. Hier habe ich also eine Null. Und das Ganze, das war jetzt hier nur eine Nebenrechnung und die Nebenrechnung, die wische ich jetzt mal weg. Denn jetzt müssen wir noch die andere Nebenrechnung machen. Und zwar müssen wir ja noch hier T gleich Null einsetzen in dieses Produkt hier. Gut, also schreibe ich mal dahin, das T gleich unendlich wische ich weg und ich schreibe hin T gleich Null. Das ist aber jetzt ganz einfach. Also, wenn ich die Null für T einsetze, dann habe ich Null hoch N. Ja, und Null hoch irgendetwas ergibt schon mal Null. Und wenn ich T gleich Null hier oben einsetze, dann wird der Exponent zu Null und E hoch Null ist 1. Dann habe ich also irgendwas, was gleich 1 ist, durch eine Konstante ergibt eine Konstante und Null mal eine Konstante ergibt Null. Das heißt, wenn ich die untere Grenze einsetze, erhalte ich Null. Ja, also schreibe ich da hin, Null minus Null. Stammfunktion an der oberen Grenze minus Stammfunktion an der unteren Grenze habe ich hier berechnet. Gut, also kann man schon mal sagen, diese gesamte eckige Klammer hier wird zu Null, fällt also komplett weg. So, das wische ich wieder weg. Das war ja nur eine Nebenrechnung. Das Einzige, was ich mal hier stehen lasse, ist das hier unten, diese Bedingung, weil die war wichtig. Unsere ganze Rechnung beruht auf der Annahme Re S, also der Realteil von S ist größer Null. Ja, jetzt kommen wir hier zum zweiten Summanden, den ich grün unterstrichen habe. Der beginnt also hier mit N durch S und dann kommt hier dieses Integral. Und dieses Integral, das zeige ich euch jetzt gleich, dass dieses Integral gleich der Laplace-Transformation von T hoch N minus 1 ist. Ja, falls ihr das nicht seht, also müsstet ihr eigentlich sehen, aber falls ihr das nicht seht, stellt euch mal einfach vor, ihr wolltet diese Funktion hier Laplace transformieren. Was würdet ihr machen? Ja, die drei Schritte habe ich ja am Anfang des Videos genannt. Ihr schreibt die Funktion einfach hin, multipliziert mit E hoch minus S mal T und bildet dann das Integral über T von Null bis Unendlich. Also der Ausdruck hier ist anscheinend dadurch entstanden, dass irgendjemand von T hoch N minus 1 die Laplace-Transformation gebildet hat. Das ist das Integral, was entsteht, wenn ich von dieser Potenz T hoch N minus 1 die Laplace-Transformation bilde. Ja, und deshalb ist das Formal, dieses Integral hier ist Formal gleich der Laplace-Transformation von T hoch N minus 1. Gut, und damit können wir unsere Lösung hier zusammenfassen. Unsere Laplace-Transformation von T hoch N. Ich schreibe es mal jetzt ein bisschen schöner. Die Laplace-Transformation von T hoch N ist gleich N durch S mal der Laplace-Transformation von T hoch N minus 1. Ja, das ist also unsere Zwischenlösung. Das hier hat das hier ergeben, weil hier die Klammer zu Null geworden ist. Und das hier ist unsere erste Zwischenlösung. Aber ihr seht, das ist eine rekursive Formel. Also wir wollen ja nicht so etwas haben wie Laplace-Transformation von T hoch N ist gleich einer anderen Laplace-Transformation, sondern da soll dann am Ende irgendein Ausdruck stehen wie Laplace-Transformation von T hoch N ist, ich weiß jetzt gar nicht, was da rauskommt, S² plus A oder so. Aber nicht eine Laplace-Transformation ist gleich einer anderen. Das ist nur eine rekursive Formel. Ja, aber die müssen wir noch weiterentwickeln, um eine endgültige Formel zu finden, wo gar keine Laplace-Transformation mehr drin vorkommt. Ja, und das machen wir jetzt im zweiten Teil hier unten. So, jetzt brauche ich ein bisschen Platz. Da wische ich das mal weg. Und dieses Re S größer Null, da habe ich gesagt, das ist ganz wichtig. Das schreibe ich mal hier hinter. Re S muss größer Null sein. Ja, also unsere Lösung, die ich jetzt herleite, die gilt nur unter dieser Bedingung. Gut, dann beginnen wir jetzt aus dieser rekursiven Lösung, die explizite Lösung herzuleiten. Dazu schreibe ich die Formel zunächst einmal ab. Ich habe also hier die Laplace-Transformation von T hoch N. Und die ist gleich N durch S mal der Laplace-Transformation von T hoch N minus 1. So, und jetzt gucke ich mal, was ich da gemacht habe, um von der linken Seite auf die rechte Seite zu kommen. Also zunächst einmal habe ich den Exponenten in der Laplace-Transformation hier hingeschrieben. Das ist Schritt 1. Dann habe ich hier im zweiten Schritt durch S dividiert. Und im dritten Schritt habe ich die Laplace-Transformation übernommen. Das ist der dritte Schritt. Allerdings mit einem Exponenten, der um 1 kleiner ist. Ja, das sind also die drei Schritte, die bedeuten diese Formel hier. So, und die Idee, um jetzt eine explizite Lösung zu finden, ist folgende. Ich kann ja diese Formel immer wieder anwenden. Ja, auf diese neue Laplace-Transformation kann ich ja jetzt wieder hier diese drei Schritte, das heißt diese Formel hier, anwenden. Ja, machen wir das mal. Dann, bevor wir beginnen, müssen wir allerdings diesen Faktor hier übernehmen. Der wird nur übernommen. So, und auf diese Laplace-Transformation, die hinter diesem Faktor steht, da wenden wir jetzt diese Formel an, also diese drei Schritte. Ja, und der erste Schritt, wie hieß der nochmal? Da nehme ich den Exponenten in der Laplace-Transformation und übernehme den. Der heißt jetzt allerdings nicht n, sondern n-1. Zweiter Schritt, ich dividiere durch s. Dritter Schritt, ich übernehme die Laplace-Transformation, aber mit einem Exponenten, der um 1 kleiner ist. Ja, und weil mein Exponent in der Laplace-Transformation hier n-1 heißt, muss er hier n-2 heißen. Okay, so, und so geht es jetzt immer weiter. Auf diese Laplace-Transformation hier wende ich jetzt wieder diese Formel an, also diese drei Schritte da. Ja, das heißt, diese zwei muss ich erstmal übernehmen, bevor ich die Formel anwende. Die bleiben ja erhalten. So, und jetzt geht es los. Auf diese Laplace-Transformation wende ich wieder die Formel an, also diese drei Schritte. Das heißt, ich übernehme hier wieder diesen Exponenten in der Laplace-Transformation, und der heißt jetzt n-2. So, im zweiten Schritt dividiere ich durch s. Und im dritten Schritt, da übernehme ich die Laplace-Transformation, aber mit einem Exponenten, der um 1 kleiner ist. Und da der Exponent hier n-2 hieß, muss er jetzt n-3 heißen. Also habe ich hier die Laplace-Transformation von t hoch n-3. So. So, jetzt überlege ich mir, wie oft kann ich denn dieses Spiel hier machen. Das könnte ich ja jetzt hier immer weitermachen, mit der hier wieder. Ja, das kann ich so lange machen, bis der Exponent hier zu 0 wird. Der Exponent wird ja kleiner. Hier habe ich n, n-1, n-2, n-3, und irgendwann ist er mal 0. Dann ist vorbei. Dann habe ich hier die Laplace-Transformation von t hoch 0. Und weil t hoch 0 gleich 1 ist, habe ich dann die Laplace-Transformation von 1 da stehen. Und die kenne ich. Die haben wir schon hergeleitet. Die Laplace-Transformation von 1 ist gleich 1 durch s. Ja, also ich kann das so lange weitermachen, bis die letzte Laplace-Transformation, das war die falsche Farbe, da muss ich rot nehmen. Also nochmal, das kann ich so lange durchführen, bis ich die Laplace-Transformation von t hoch 0 habe. Und t hoch 0 ist 1, also die Laplace-Transformation von 1. Und das ist 1 durch s. Gut, jetzt frage ich mich, wie oft muss ich dieses Verfahren durchführen, bis ich hier die t hoch 0 habe. Ja, das Verfahren muss ich n mal durchführen. Ja, ich mache mir das immer am konkreten Beispiel fest. Ja, ich denke mir einfach, mein n wäre 3. Ja, wenn ich hier t hoch 3 habe, dann habe ich hier t hoch 2, t hoch 1, t hoch 0. Ja, um auf diese t hoch 0 zu kommen, auf dieses 1 durch s, muss ich anscheinend, wenn ich hier eine 3 habe, dreimal das Verfahren durchführen. Ja, und folglich muss ich, wenn ich n habe, n mal dieses Verfahren durchführen. Ja, und warum habe ich mir das überlegt? Weil ich ja noch wissen muss, wie viele Faktoren hier vorentstehen. Ja, und das sind dann eben auch n Faktoren. Denn wenn ich hier eine 3 habe, sehe ich ja, ich habe es dreimal gemacht, dann habe ich drei Faktoren und dann habe ich, wenn ich ein n habe, n Faktoren. Ja, dann habe ich also hier im Zähler n Faktoren, die um 1 kleiner werden. Und was ist das? Das ist n Fakultät. n Fakultät. Und was habe ich dann hier im Nenner? Ja, wenn ich hier n Faktoren habe, dann habe ich hier s hoch n. s hoch n. Na, da muss ich mal ein bisschen schöner schreiben. s hoch n. So, und jetzt kann ich das noch vereinfachen. Das s kann ich hier auf einen Bruchstrich bringen. s hoch n. So, und nach den Potenzgesetzen ist das s hoch n plus 1. s hoch n plus 1. und mal 1 kann ich weglassen. So, und dann habe ich also die Lösung, die Laplace-Transformation von t hoch n ist gleich n Fakultät durch s hoch n plus 1. Ja, unter der Voraussetzung, dass der Realteil von s größer gleich 0 ist. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ja, damit sind wir am Ende. Tak, den Fall